Achtung! Großartig gemacht von Kahn! Kahn super! Sensationeller Reflex von Oliver Kahn. Wieder Oliver Kahn! Der hat was drauf, der Junge! Kahn hält selbst Klasse! Kahn voll konzentriert. Klasse von Kahn! Riesenparade von Olli Kahn. Kahn! Oliver Kahn! Kahn! Klasse! Super Kahn Parade! Sensationeller Gahn! Olli Kahn! Wildklasse Kahn! Und Kahn! Kahn! Der beste Tor war Oliver Kahn! Glanzparade und Panthersprung von Kahn! Kahn! Gute Reaktion von Kahn und stark von Olli Kahn! Nicht zu fassen, wie Kahn diesen Ball halten konnte. Kahn! Gut reagiert von Olli Kahn! Klasse Szene, aber Glanzparade von Oliver Kahn! Und Kahn! Und Kahn! Und Kahn! Und Kahn! Das bringt das bei Sicherheit! Kahn, er braucht immer diesen ersten Ball, auch um sich selber aufzuputschen. Oliver Kahn! Und Kahn! Und wieder Kahn! Kahn, der war bärenstark. Ah, der ist nicht drin! Unglaublich! Und was für eine Parade von Oliver Kahn. Unglaublich, unabhängig davon, dass das Spielchen unterbrochen war, dass Kahn diesen Ball auch dann gehalten hätte. Oliver Kahn war wieder dran. Eine Superparade von Kahn. Der Jubel des Titanen. Es fliegen Bananen wie zu Kahns besten Zeiten. Und wieder erneut stark gehalten von Olli Kahn. Kahn, Titan. Weltmeisterliche Parade. Kahn mit einer glänzenden Reaktion. Und Kahn ist wieder da. Kahn mit einer glänzenden Reaktion. Faust. Und die Fliegen ist wieder da. Kahn mit einer glänzenden Reaktion. Von Berlin.